Vegetarisch essen heißt gesund genießen. Liebevoll zubereitete Speisen aus hochwertigen Bioprodukten erwarten Sie. Kommen Sie zu unserem letzten vegetarisch-veganen Brunch vor der Sommerpause am 30. Juni ins Restaurant Element in Langenthal. Wir degustieren St. Leonards Quelle und verwöhnen Ihr Gehör mit Musik aus den Naturschallwandlern. Ich freue mich auf Sie!